Das neue iPad Pro ist da. Apples neues Premium-Tablet kommt mit einem stolzen Preis, verspricht aber eine vollwertige Alternative zum Laptop bzw. MacBook zu sein. Ob das stimmt und was das iPad sonst so drauf hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Das iPad Pro war von Apple als das Highlight der Oktober-Keynote angesetzt. Das ist ganz interessant, denn sowohl das MacBook Air als auch der Mac Mini bekamen ebenfalls ein Upgrade spendiert. Trotzdem befand Apple das iPad Pro als größte Neuerung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich an diesem Gerät einfach am meisten geändert hat. Ein MacBook, das mal wieder ein wenig mehr Leistung bekommt, ist einfach nicht so sexy. Mit dem iPad Pro hingegen möchte Apple einen neuen Trend begründen. Das Tablet als vollwertige Alternative zum Laptop. Dafür wurde nicht nur das iPad überarbeitet, sondern auch die Tastatur, das sogenannte Smart Keyboard Folio. Außerdem gibt es auch einen neuen Apple Pencil. Doch reicht das wirklich, um einen Laptop überflüssig zu machen? Schauen wir uns erstmal das Design an. Als erstes fällt auf, dass die Ränder wesentlich schmaler geworden sind. Dadurch ist das Tablet insgesamt kleiner geworden. Die Bildschirmdiagonale ist mit 12,9 Zoll aber gleich geblieben. Die kleinere Variante hat dieselben Maße wie das Vorgängermodell. Die Bildschirmdiagonale ist aber von 10,5 auf 11 Zoll angewachsen. Die Ränder sind gerade noch breit genug, um Frontkamera und Sensoren darin zu verbauen. Das ist auch nötig, denn es gibt jetzt keinen Homebutton mehr. Stattdessen setzt Apple auf Face ID. Das klappt im Gegensatz zu iPhone und Co. jetzt auch im Querformat. Was natürlich wichtig ist bei einem Tablet, das als Laptop-Ersatz dienen soll. Das iPad Pro erinnert ein wenig an das iPhone 5 bzw. das erste iPad von 2010. Wie beim Vorgänger ist die Rückseite des iPad Pro nicht gewölbt, sondern eben. Oben und unten am Gehäuse befinden sich wie beim Vorgänger jeweils zwei Lautsprecher. Der Klang ist gut und auch Bässe kommen gut rüber. Für Netflix und Co. reicht das allemal. Das Display ist nach wie vor kein OLED, sondern ein klassisches LC-Display. Um die Farben unabhängig von der Umgebung realitätsnah und natürlich darzustellen, ist die True-Tone-Technologie verbaut. Sensoren messen die Stärke und Temperatur des Umgebungslichts und passen die Farben auf dem Display dementsprechend an. Neben dem Standard-Farbraum sRGB unterstützt das iPad Pro auch den umfangreicheren P3-Farbraum sowie HDR. Außerdem ist wie schon beim Vorgänger eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz möglich. Alles in allem ist die Displaydarstellung sehr gut, obwohl es ja in Anführungsstrichen nur ein LCD ist. Kommen wir zu den Anschlüssen. Da hat sich nämlich einiges geändert. Die Ära des Lightning Connectors scheint sich jetzt wirklich dem Ende zuzuneigen. Das neue iPad verfügt stattdessen über einen USB-C-Anschluss, mit dem das Tablet aufgeladen oder mit anderen Geräten verbunden werden kann. Ihr könnt zum Beispiel eine Kamera anschließen und die Fotos direkt auf das iPad übertragen. Der Smart Connector, über den Peripherie wie zum Beispiel das Smart Keyboard oder auch Hüllen angeschlossen werden können, befindet sich jetzt nicht mehr am seitlichen Rand, sondern unten auf der Rückseite. Der magnetische Anschluss funktioniert im Test sehr gut. Die Tastatur wackelt nicht, fällt nicht ab und wird über den Anschluss direkt mit Strom versorgt. Wo sich vorher das Smart Connector befand, ist jetzt ein Anschluss, über den der neue Apple Pencil gekoppelt und auch geladen wird. Auch das klappt in unserem Test einwandfrei. Der überarbeitete Apple Pencil, nennen wir ihn einfach Pencil 2, hat jetzt eine flache Seite. Über diese wird der Pencil 2 magnetisch ans iPad geheftet. Da es keinen Lightning Anschluss mehr gibt, könnt ihr den Pencil 2 auch nicht mit den älteren iPads verwenden. Er ist nur mit dem iPad Pro aus diesem Jahr kompatibel. Genauso funktioniert der alte Apple Pencil auch nicht mehr mit den aktuellen Geräten. Beim neuen Smart Keyboard, das gleichzeitig auch als Hülle dient, sind wir hin und her gerissen. Die Tastatur ist an sich gut verarbeitet. Die Verbindung über den Smart Connector funktioniert ebenfalls sehr gut. Die Tastatur klebt quasi am iPad Pro, ohne dass von außen Befestigungen wie Klemmen oder ähnliches sichtbar sind. Und die Anschläge der Tastatur sind klar. Der Widerstand der Tasten ist angenehm. Allerdings sind die Tastenanschläge doch relativ laut. Etwas merkwürdig ist es, wenn man die Tastatur nach hinten klappt, um das Tablet zum Lesen oder Filme gucken in die Hand zu nehmen. Für uns war es nämlich oft seltsam, beim Umgreifen des Tablets plötzlich auf irgendwelche Tasten zu drücken. Zwar ist die Tastatur in diesem Zustand nicht aktiv, dennoch erscheint die Lösung nicht optimal. Kommen wir als nächstes zur Performance. Schließlich verspricht Apple, dass das iPad Pro das perfekte Werkzeug für Profis und Kreative ist. Es soll von der Leistung sogar mit einem MacBook Pro mithalten können. Um das zu testen, haben wir verschiedene Benchmarks auf dem iPad Pro laufen lassen und mit den Ergebnissen des letztjährigen iPads sowie des 13 Zoll MacBook Pro von diesem Jahr verglichen. Und ja, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das iPad Pro schafft im Geekbench ganze 5056 Punkte im Single-Core und knapp 18.000 Punkte im Multi-Core-Test. Damit ist es von der Leistung gleich auf mit einem MacBook Pro von 2018 mit einem i7 Prozessor der 8. Generation. Im Vergleich mit dem letzten iPad Pro wird der Leistungssprung aber erst richtig deutlich. Im Multi-Core-Benchmark verdoppelt sich die Leistung mal eben. Von 9.300 auf besagte 18.000 Punkte. In einem 1080p-Grafik-Benchmark basierend auf der Schnittstelle Metal schafft das iPad Pro über 26.000 Punkte. Und das ist dreieinhalbmal so viel wie der Vorgänger schafft. Schon heftig. Nicht so groß ist der Unterschied bei OpenGL-Tests. Dort liegt der Unterschied nur bei 5 bis 10 Prozent. Die Leistung kommt übrigens durch den A12X Bionic Chip, eine größere Version des A12, der auch im iPhone XS verbaut ist. Dieser verfügt ebenfalls über die Neurale Engine, die die Leistung durch künstliche Intelligenz noch einmal anhebt. Also leistungstechnisch kann das iPad Pro auf jeden Fall schon mal mit einem Laptop mithalten. Aber wie sieht es mit dem Akku aus? Der soll schließlich bis zu 10 Stunden surfen oder Videos gucken möglich machen. Bei unserem Test mit Bildschirmhelligkeit auf 75 Prozent hielt das Gerät knapp 9 Stunden surfen durch. Das kommt also ungefähr hin. Fehlt noch die Kamera. Die ist bei einem Tablet ja nicht ganz so wichtig wie bei einem Smartphone. Allerdings verspricht sich Apple ja auch viel aus den AR-Anwendungen. Damit diese gut funktionieren, ist neben sehr viel Rechenleistung auch eine anständige Kamera nötig. Die Frontkamera ist quasi identisch mit der des iPhone XS. Bei der rückseitigen Hauptkamera hat Apple aber gespart. Hier ist nur ein Objektiv verbaut, das dem Weitwinkelobjektiv des XS ähnelt. Die Auflösung ist etwas höher als auf dem iPhone. Dafür fehlt der optische Bildstabilisator, sodass Videos etwas mehr wackeln. Kommen wir zum Fazit. Wie ihr wahrscheinlich schon rausgehört habt, sind wir von der reinen Qualität des Produkts durchaus angetan. Das iPad Pro ist das leistungsstärkste Tablet auf dem Markt und kann wirklich mit den meisten Laptops locker mithalten. Auch das Design ist stimmig und der Umstieg auf USB-C sorgt endlich für eine größere Flexibilität. Sowohl beim Aufladen des Geräts als auch bei der Peripherie. Das Display sieht richtig gut aus und hat einige Funktionen an Bord, mit denen Profis anständig arbeiten können. Ob das iPad Pro aber wirklich ein Laptop-Ersatz sein kann, hängt vom Nutzerverhalten bzw. Anwendungsbereich ab. Um die Tastatur kommt man auf jeden Fall nicht herum, gerade wenn man das Gerät für Bürotätigkeit nutzen will. Ein großes Aber ist immer noch die verfügbare Software. Die ist auf macOS-Geräten immer noch größer, auf Windows sowieso. Allerdings ist Bewegung in der Sache. Der Adobe-Konzern setzt zunehmend auf Tablets und will Anfang nächsten Jahres eine vollwertige Photoshop-Variante für iOS auf den Markt bringen. Mit Premiere Rush kam bereits eine Videobearbeitungssoftware, die für Mobilgeräte und Tablets optimiert ist. Für Profis werden diese Geräte also immer interessanter. Aber damit kommen wir auch zu dem großen Elefanten im Raum. Das Preisschild ist wieder mal gigantisch. Das günstigste iPad Pro der neuen Generation, das 11 Zoll Modell mit 64 GB Speicher und ohne LTE, kostet bereits stolze 879 Euro. Für das teuerste Modell, also 12,9 Zoll mit 1 TB LTE, müsst ihr ganze 2.099 Euro auf den Tisch legen. Und die Preise sind noch ohne Apple Care. Damit ist klar, wen Apple mit dem Produkt hauptsächlich ansprechen möchte. Nämlich kreative und professionelle, die das iPad Pro als Arbeitsgerät sehen und bereit sind, dafür auch stattliche Preise zu zahlen. Wenn ihr also kein Gerät zum Arbeiten, sondern eher für Filme gucken und ein bisschen zocken sucht, ist ein normales iPad oder sogar ein Android Tablet wahrscheinlich die bessere Wahl. Und jetzt verratet ihr mir noch eure Meinung zu dem neuen iPad Pro. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare.